Die Rapperswiler waren ein Ostschweizer Adelsgeschlecht, das dem reichsunmittelbaren Hochadel so so rechnen ist. Der Schwerpunkt ihrer Besitzungen lag in der heutigen Ost- und Zentralschweiz. Ihr Stammsitz war die Burg Alt-Rapperswil in der Gemeinde Altendorf. Ihre Genealogie ist in der Forschung umstritten und lässt sich nicht mehr lückenlos rekonstruieren. Um 1200 erbauten sie das Schloss Rapperswil und gründeten anliegend die Stadt Rapperswil. Das Geschlecht der Rapperswiler endete 1283 mit dem Tod des Grafen Rudolf V. von Rapperswil in der männlichen Linie. Gräfin Elisabeth von Rapperswil, die Schwester von Rudolf V. von Rapperswil, setzte die Linie der Grafen von Rapperswil fort und sicherte der Nebenlinie Habsburg-Laufenburg die umfangreichen Besitzungen der Rapperswiler im Zürich-Gau. Von ihrer Nachkommenschaft erlosch die Hombergische im Jahr 1323 oder 1325 mit dem Tod von Werner von Homberg. Die Habsburg-Laufenburgische Linie im Jahr 1408 als Johann e. V. von Habsburg-Laufenburg ohne erbberechtigte männliche Nachkommen starb. Geschichte Das Geschlecht der Rapperswiler stammt wahrscheinlich von den Welfen ab, die genaue Genealogie ist umstritten. Weiblicherseits sollen sie auf die Herren von Ooster zurückgehen. Die Genealogie der Rapperswiler und der mit ihnen verwandten Geschlechter der Habsburg-Laufenburg und der Homberger ist bislang nicht zweifelsfrei. Geklärt Ursprünglich waren die Rapperswiler in der heutigen Mach um den Greifensee, um Ooster, Wetzikon und hin Will begütert. Burg Alt Rapperswil, Rappreteswilare, respektive, die Westhize der alten Rapperswil in Altendorf wurde um 1040 erbaut und 1350 durch. Stadzircher Truppen unter Bürgermeister Brunn zerstört, soll aber gemäß einer Urkunde von 697 auf einen Ritter Rapprecht als Stammvater der Burg St. Johann zurückgehen. Die Kapelle St. Johann bei Altendorf markiert noch heute den Standort der zerstörten Stammburg. Einige der frühsten urkundlichen Erwähnungen der Rapperswiler finden sich im Klosterarchiv einsiedeln. Wir rund abt von 996 bis 1026 11. Februar 1026, Wierendus, Wierund, Wem, Wierand, Verendus. Nach den Chronisten des 15. Jahrhunderts soll er ein Graf von Wandellburg des Stammes von Rapperswil gewesen sein. Die Burg Wandellburg lag am Fuße des oberen Buchbergs und erscheint später im Besitze der Grafen von Rapperswil. Irgendwelcher Beweis für die Annahme aber, dass Wierund wirklich daher stammt, ist nicht zu erbringen. Punkt, Punkt, Punkt. Wählten die Brüder einen aus ihrer Mitte, dessen Name freilich nicht näher genannt wird. Den aber der Vogt Rudolf von Rapperswil und die Ministerialen nicht anerkennen wollten, weil sie zur Wahl nicht beigezogen worden waren. Der Vogt verlangte, dass der Konvent seinen Bruder einen Mönch in St. Gallen als Abt annehmen sollte. Dessen weigerten sich aber die Brüder, worauf ihnen der Vogt und die Ministerialen so zusetzten, dass sie schließlich sich ins Unvermeidliche fügten. Einigen war aber die Flucht gelungen und diese gelangten an Kaiser Friedrich I., der am 28. Februar 1173 in Säckingen entschied, dass er beide äbte, den von den Brüdern gewählten und den Usopator absetzte und selbst einen Abt bestellte. Ulrichi von Rapperswil Der Rücktritt Werners Werner II. von Toggenburg hatte zur Folge, dass diesmal der Schirmvogt des Klosters Rudolf von Rapperswil mit seinen Forderungen durch Trau, denn aller Wahrscheinlichkeit nach war der Nachfolger Werners ein Rapperswiler. Die alten Analen geben uns darüber freilich keinen Aufschluss, denn dort hat eine Hand den ganzen Eintrag über Ulrich, der als »Flagelum quodami racondidae« bezeichnet wird, ausgetilgt. Der Lieber-Heremi und Bornstetten nennen ihn aber einen Rapperswiler, beide betonen zugleich seine schlechte Regierung. Seine Wahl erfolgte aber durch die Brüder, wenn auch wahrscheinlich unter dem Druck von Seiten des Vogtes. Wodurch sich Rudolf das vernichtende Urteil seiner Zeit zugezogen, wissen wir nicht mehr. Was uns aus seiner Regierung überliefert ist, zeigt, dass er doch auch den Nutzen des Stiftes zu wahren suchte. Von Abt Ulrich hat sich ein Siegel an der Urkunde von 1194 erhalten. O-L-R-I-C-V-S D-E-I-G-R-A-H-E-R-E-M-I-T-A-R-V Abbas Vermutlich bereits um das Jahr 1100 waren die Rapperswiler Schirmwürgte des Klosters Einsiedeln. Die wichtige Fugtei über das Kloster Einsiedeln erbten die Rapperswiler wahrscheinlich von den Herren von Uster. Vom gleichen Geschlecht erbten sie um 1044 Besitz im Zürcher Oberland. Die Rapperswiler bauten später die Burg Uster aus, gründeten die Kirche Uster und errichteten die Burg Greifensee. Als Wügte von Einsiedeln spielten die Rapperswiler eine wichtige Rolle im sogenannt Machenstreit zwischen dem Kloster und den Bewohnern der Talschaft Schwyz. Mehrfach führten die Rapperswiler Krieg gegen Schwyz, besonders als der Grenzkrieg nach 1214 eskalierte. Vorübergehende Ruhe kehrte ein als von Graf Rudolf II. Von Habsburg Vogt von Schwyz am 11. Juni 1217 den Schwyzern das hintere Sieltal sowie die Täler der Wag, Münster und das obere Albtal zugesprochen wurde. Um 1180 konnten die Rapperswiler von den Herren von Weislingen Kirchenrechte in Weislingen und Streubesitz in Russikon, Ehresberg, Luckhausen, Moosburg sowie im Kämt-Talerben. Auch die Burg Greifenberg mit Berneck und die Fugtei-Kämpten befanden sich im Besitz der Rapperswiler. Der ursprüngliche Sitz der Rapperswiler am linken Ufer des Zürichsees profitierte von der wichtigen Handelsstraße am linken Ufer des Zürichsees, die Zürich über die Bündner Pässe mit der Lombardei und Venedig verbannt. Die Erschließung der Schaleen-Schlucht um das Jahr 1200 eröffnete eine direkte Nord-Süd-Handelsroute und dürfte zusammen mit der bedeutenden Pilgerroute, dem Schwabenweg von Konstanz nach Einsiedeln, die Errichtung von Neu-Rapperswil mit beeinflusst haben. Der Machenstreit schwelte jedoch weiter, spielte eine wichtige Rolle beim Ausbruch des Morgartenkriegs und vermutlich bei der Verlegung des Stammsitzes der Rapperswiler auf die rechte Seite des Zürichsees. Die um das Jahr 1220 zum Bau von Burg und Stadt Rapperswil führten. Zwischen ca. 1192 und 1210 scheint es zu einer Krise in der Familie der Rapperswiler gekommen zu sein, da für diese Zeit kein Familienmitglied im Leinstand mehr zu belegen ist. Nach dem Tod des Wogtes Rudolf II. von Rapperswil fehlte gemäß der Ansicht der modernen Forschung ein direkter Erbe, da für die fragliche Zeit keine Rapperswiler mehr in den Urkunden zu finden sind. Belegt ist aber, dass Ulrich von Rapperswil 1206 sein Amt als Abt von Einsiedeln verlor und dass es 1207-08 zu einem Konflikt um die Kirche von Rapperswil kam, an dem zwei Kanoniker aus Konstanz beteiligt sind, die vermutlich Heinrich und Ulrich von Rapperswil waren. Dies bedeutet, dass die Dynastie der Herren von Rapperswil bereits Ende des 12. Jahrhunderts zum ersten Mal ausstarb. In der Literatur wird deshalb teilweise zwischen Alt-Rapperswil und Neu-Rapperswil unterschieden. Die Herren von Neu-Rapperswil konnten sich erst um das Jahr 1210 in der Gegend durchsetzen und waren wohl nicht in der Lage, den ganzen Besitz der Alt-Rapperswiler zu übernehmen. Die These eines Rapperswiler Erbschaftsstreits um 1200 stützt auch die Chronik des Dominik-Rotenfluh, die von einer Heirat um 1190 zwischen Elisabeth, Tochter Rudolf II., von Alt-Rapperswil und Diethem II. von Toggenburg berichtet. Die Burg Grenau, die Wandellburg sowie die Rapperswiler Güter im Raum Utsnach inklusive der Kirchen von Bollingen und Eschenbach SG wären demnach von Rudolf II. als Mitgift vorgesehen gewesen. Offenbar wollten die Eben der Alt-Rapperswiler diese Güter jedoch nicht mehr an die Toggenburger abtreten und es kam zu einer langjährigen Fede um. Diese Besitzungen und Rechte, im Zusammenhang mit diesem Streit, kamen die Kirchen Eschenbach SG und Bollingen an das Kloster Rüthi. Utsnach und Grenau gingen schließlich an die Toggenburger. Auch die Stiftung der Johanniter kommende Bubikon scheint im Umfeld des Rechtsstreits zwischen Toggenburg und Rapperswil stattgefunden zu haben. Wie das Stifterbild in der Kapelle der Kommende nahe legt. Die Rapperswiler Rosen im Wappen von Utsnach erinnert aber bis heute an die ehemaligen Herren. Ein Teil des Alt-Rapperswiler-Güterkomplexes in Zürcher Oberland, der von den Herren von Utsnach herrührte, ging anlässlich der Erbschaftsstreitigkeiten an die Herren von Bonnstetten, obwohl die Grafen von Küburg ebenfalls versuchten, Lehnsrechte geltend zu machen. Unklar bleibt bis heute, ob sich die Fede zwischen den Toggenburgern und Neuerapperswilern nur auf die Mitgift Elisabeths oder um das gesamte Erbe der Alt-Rapperswiler bezog. Weiter ist nicht bekannt, woher die Neuerapperswiler ihre Ansprüche herleiteten. Nach der Beilegung der Fede konnten sich die Herren von Neuerapperswil ab 1210 als Haupteben der Alt-Rapperswiler-Besitzungen durchsetzen. Sie führten in ihrem Wappen die Rapperswiler Rose dreifach, mit Ausnahme von Heinrich von Rapperswil. Ihre Herkunft ist ungeklärt. Eugster platziert sie in der Nähe der Herren von Wedenswil und von Schnabelburg und vermutet eine Verwandtschaftsbeziehung zu den Alt-Rapperswilern. Unter den Neuerapperswilern Rudolf II. und Rudolf III. manifestierte sich der Dynastiewechsel auch durch die Verlegung des Herrschaftssitzes nach Rapperswil. Wohl zum Danke für die tatkräftige Hilfe, die die Rapperswiler Herren im Kloster im Machenstreite erwiesen, gestattete Abt Konrad Graf Rudolf. Auf der dem Stifte gehörenden Landzunge Endingen sich anzusiedeln, so entstanden dort Schloss und Stadt Rapperswil um das Jahr 1230. ist im Archiv des Klosters Einsiedeln nachzulesen. Als Gründungsjahr von Rapperswil gilt das auf einer Schenkungsurkunde im Stadtarchiv Rapperswil erwähnte Jahr 1229. Nach der Gründung des neuen Stammsitzes der Rapperswiler unter Rudolf II. und Rudolf III. wurde Alt-Rapperswil in Altesdorf umbenannt. Der Schwerpunkt der Besitzungen der Rapperswiler lag nun im Gebiet um den oberen Zürichsee, der Mach um den Greifensee und im Uri. Streubesitz lag in der Lindhebene, im Aargau und im Zürichgau. 1232-33. gelang den Rapperswilern mit Rudolf III. als Anhänger der Staufahrt der Aufstieg in den Grafen stand. Damit wurde ein Teil ihrer Besitzungen aus der Landgrafschaft Zürich gaulos getrennt und bildete nun eine eigene Grafschaft Rapperswil. Mach mit dem Vigital Rapperswil, Jonah, Kempraten und Wagen sowie die Höfe Pfeffikon, Wollerau und Bech als Lehn vom Kloster einsiedeln. Das Gebiet der zusammenfassend Höfe genannten Besitzungen wurde 1342 vom Kloster Einsiedeln an Jakob Brunn, dem Bruder des Zürcher Bürgermeisters Rudolf Brunn, verkauft respektive Graf Johann II, verpfändete an ihn die Höfner Fugtei. 1240 erhielten die Rapperswiler von den Staufern die Reichsfugtei über Urseren. Rudolf III. war der eigentliche Gründer der Stadt Rapperswil und beendete die Errichtung von Burg und Städtchen. Er erreichte auch die Abtrennung Rapperswil von der Pfarrei Buskirch und war deshalb Stifter der Pfarrei Rapperswil. Die Ehefrauen Rudolfs III. sind unbekannt, sicher ist nur, dass er zweimal verheiratet war. Seine einzige Tochter war Anna. Sie ehrlichte 1251. 52. Graf Hartmann von Küburg starb aber kurz nach der Geburt ihres Sohnes Werner II. von Küburg 1253. Auch dieser überlebte die Mutter nur um wenige Jahre. Nach dem Tod Rudolf III. 1255 ging sein Erbe deshalb an Rudolf III. von Vaz den Sohn seiner Schwester Adelheit, die mit Walter III. von Vaz verheiratet war. Rudolf III. von Vaz bezeichnete sich deshalb ab 1255 als Graf Rudolf IV. von Rapperswil. Er gründete ein 1259 Dekasekundenkloster Wormsbach und verstarb 1262. Sein Grab liegt in Wormsbach. Aus seiner Ehe mit Mechthild von Neifen gingen drei Kinder hervor. Vinzenz, der nur kurz lebte und vor 1261 verstarb Elisabeth und Rudolf V. Letzterer stand als Minderjähriger unter der Vormundschaft Walters V. von Vaz und Rudolfs von Habsburg. Da er bereits 1283 kinderlos starb, endete mit ihm das Haus Rapperswil im Mannesstamm. Die männliche Linie des Geschlechts der Rapperswiler, deren Besitzungen sich um 1283 im Raumwettingen, in Uri, Winterthur, im Zürcher Oberland und am oberen Zürich sie konzentrierten, endete 1283 mit dem Tod des Minderjährigen Rudolf V. Nach dem Tod von Rudolf V. von Rapperswil zu König Rudolf I. von Habsburg die Reichslehn der Rapperswiler an sich und übergab die an das Kloster Sankt Gallen zurückfallenden Lehn an seine Söhne. Damit kam Rudolf I. von Habsburg in den Besitz der Reichsfugtei über das Urseerental und damit des strategisch wichtigen Gotthardpasses sowie der Fugtei über Einsiedeln. Das Klosterarchiv Einsiedeln erläutert im Professbuch der Äbte diesen schwerwiegenden Wandel im Kräftegleichgewicht des Zürich-Gaus-Näher. Punkt, Punkt, Punkt. Auch das Grafengeschlecht von Rapperswil drohte auszusterben. Abt Anselm stand zum damaligen Grafen Rudolf IV. in gutem Verhältnis, denn er erscheint mehrfach als Zeuge in Urkunden des Grafen. So bei der Losstrennung der Kirche von Rapperswil, Graf Rudolf III. von Jena in Wormsbach. Bei der Stiftung des Klosters Wormsbach und anlässlich einer Stiftung an dieses Kloster. Da er keinen männlichen Erben hatte, wollte der Graf, dass die Fugtei, die er über die Stiftsbesitzungen außerhalb des Erzels zu lehnen trug. Seiner Gemahlin Michdild von Neifen, zunächst als Leibgeding, dann aber seiner Tochter Elisabeth zufallen sollte. Abt Anselm gestand dies am 10. Januar 1261 zu. Da aber Rudolf IV. nach seinem Tode, den 27. Juli 1262 noch ein Sohn geboren ward, wurde der Vertrag hinfällig. Punkt, Punkt, Punkt. Nach einem Berichte des Abtes Johannes I. Übertrug Peter I. Punkt, Punkt, Punkt. Von großer Bedeutung für die weitere Geschichte des Stiftes war, dass unter diesem Abte Heinrich II. von Götting die Fugtei über das Gotteshaus an die Habsburger überging. Der oben erwähnte junge Graf von Rapperswil, Rudolf V., starb bereits den 15. Januar 1283. Da seine Schwester, Elisabeth von Rapperswil, Resb, deren Gemahl, Ludwig von Homberg, nicht um die Lehen einkam, übertrug sie der Abt seinem eigenen Bruder, Rudolf von Göttingen. Damit war aber König Rudolf nicht einverstanden, denn die Erwerbung dieser Fugtei passte vorzüglich zu seinen Plänen, mit denen er sich gegenüber den Waldstätten trug. Er ließ darum die Lehen, die an und für sich nur in männlicher Linie sich vererben konnten, durch Wetzel den Schultheißen von Winterthur zu Händen des Königs einziehen. Rudolf von Göttingen wurde mit einer Geldsumme abgefunden. Nun wollte aber der Hornberger sich die Lehen nicht entgehen lassen. Es erhob sich deshalb zwischen ihm und dem König ein großer Zwist, unter dem auch der Stift zu leiden hatte, das durch den Schultheißen von Winterthur, Dietrich, sogar überfallen wurde. Dieser zog sich deshalb die Exkommunikation zu, deren Ausführung durch Abt Heinrich 1288 im Auftrage des Bischofs Rudolf von Konstanz und des Königs selbst dem Pfarr V. K. auf der Ufnau übertragen wurde. Als Graf Ludwig von Homberg aber den 27. April 1289 gestorben war, übertrug der König seiner Witwe Elisabeth auf deren Bitten die Höfe Stefa, Erlenbach, Pferfikon und Wollerau. Dazu noch die Pfäfers gehörenden Höfe zu Menedorf und Tuggen. Die übrigen Höfe und die Fugtei blieben aber bei den Herzögen von Österreich. Dieser Übergang der Fugtei an die Habsburger hatte für das Stift die weit tragendsten Folgen, denn als um diese Zeit der Machenstreit wieder auflebte, nahm dieser ganz neue Formen an. War er in seinem frühen Verlauf ein wirtschaftliches Ring gewesen, in welchem das rasch anwachsende Volk der Schwieser nach neuen Gebieten sich umsehen musste, so bekam er nun rein politischen Charakter. Im Kloster wollten die Schwieser vor allem dessen Wügte, die Habsburger, treffen. Allem Anscheinendach brach der Streit allerdings schon vor 1283 aus, denn wir besitzen eine Bulle Papst Martin IV. Vom 1. Juni 1282 wurden diese auf die Klage des Stiftes hin, dass es von einigen vielen Schaden zu erleiden habe, den Abt von Pfäfers beauftragt, gegen diese vorzugehen. Der Klagerodl von 1311 meldet denn auch, dass unter Abt Heinrich ein Überfall vorgekommen sei. Sonst erfahren wir allerdings nichts weiteres. Neuere Forschungen haben indessen dargetan, dass die große Freiheitsbewegung der Dreiländer, Uri, Schwyz, Unterwalden in die letzten Regierungsjahre Rudolf I. von Habsburg zu verlegen sei. Darum sind solche Feindseligkeiten, auch wenn wir sonst weiter nichts erfahren, nicht ausgeschlossen. Papst Nikolaus IV. bestätigte den 23. August 1290 die Freiheiten und Immunitäten des Stiftes. Überhaupt hatte Abt Heinrich viele Sorgen um das ihm anvertraute Gut. Die Gräfin Elisabeth von Homburg-Rapperswil erhob Ansprüche auf die Höfe in Brüten und Finstersee, verzichtete aber den 20. Elisabeth von Rapperswil war mit Graf Ludwig von Homburg verheiratet. Ihr Sohn, Werner von Homburg, war ab 1309 Uhr Reichsgraf, Reichsfugt der Waldstätte und ein im Kodex Manesse erwähnter Minnesänger. 1291 ging sie ein Bündnis mit der Stadt Zürich ein, das sich gegen die Habsburger richtete. Sie verkaufte 1290 den Rest des Rapperswiler Besitzes in Uri und verpfändete um 1300 die Herrschaft Greifensee. Die Übergabe der Fugteirechte über Pfeffikon und das Kloster Einsiedeln an die Grafschaft Rapperswil erläutert das Klosterarchiv wie folgt. Punkt, Punkt, Punkt. Die Fugtei über Pfeffikon-USW gab ab Johannes 1296 der Gräfin Elisabeth von Rapperswil, die sich in zweiter Ehe mit Rudolf III. von Habsburg-Laufenburg vermählt hatte. Doch erhielt ihr Sohn aus erster Ehe, Werner von Homburg, einen Teil davon, diesem verpfändete Habsburg-Österreich 1319 auch die Fugtei übereinsiedeln. Später gingen alle Lehen vertragsgemäß an Habsburg-Laufenburg über. Aus ihrer zweiten Ehe mit Graf Rudolf von Habsburg-Laufenburg stammt Johanni von Habsburg-Laufenburg. Um 1303 teilte sie die Grafschaft so, dass der Besitz auf dem linken Ufer des Zürichsees den Nachkommen Ludwig von Hombergs zu fiel. Während der Besitz auf dem rechten Ufer dem Geschlecht der Habsburg-Laufenburg verblieb. Rudolf von Wunnenburg, ein Mönch im Kloster Einsiedeln, wurde mit einer Anzahl Adliger im Jahr 1300 in Einsiedeln von den Schwyzern gefangen genommen und bis zum 29. März in Schwyz in Geiselhaft gehalten. Interessant an dieser Passage ist die Erwähnung einer nahen Verwandtschaft der Linie Rapperswil-Laufenburg mit den Freiherren von Regensberg. Punkt, Punkt, Punkt. Er wurde von den Gefangenen am 10. März als Abgesandter an ihre vornehmen Verwandten gesandt und kehrte am 25. März mit Briefen der Grafen von Rapperswil und Toggenburg zurück. In diesen Briefen verwenden sich Lüthold von Regensberg für seinen Sohn Johannes, die zwei Wunnenburg und den von Ulwingen, Graf Rudolf von Habsburg-Rapperswil für seine Noheim Johannes von Regensberg und die drei anderen, Graf Friedrich von Toggenburg für seine Noheim von Regensberg und die drei anderen Abgenannten. Freiherr Ulrich von Göttingen erklärte am 3. Nach dem Tod ihrer Gatten waren dies Johanni, dann sein Sohn Johann II. von Habsburg-Laufenburg. Nach dem Aussterben der Homberger fiel ihr Teil 1330 ebenfalls an Habsburg-Laufenburg, allerdings als Lehn des Stammhauses Habsburg. Johann II. von Habsburg-Laufenburg beteiligte sich an der Mordnacht von Zürich und blieb zwei Jahre im Zürcher Wellenberg eingekäckert. Bürgermeister Rudolf-Brunnlies Schloss und Stadt Rapperswil sowie die Burg Alt-Rapperswil 1350 zerstören und die Besitzungen der Rapperswil in der unteren Mach am linken Zürich-Seeufer besetzen. Graf Johann II. von Rapperswil konnte nach seiner Freilassung die hohen Kosten für den Wiederaufbau der zerstörten Stadt und der Rapperswiler Festungen nicht aufbringen und verkaufte um das Jahr 1354 die Güter am oberen Zürichsee mit Stadt und Schloss Rapperswil an Herzog Albrecht von Österreich. Fortan Sassen von Österreich bestellte Wökte in Rapperswil. 1358 verkaufte Johann II. auch noch den linksofrigen Besitz und die Einsiedlerlehn an Albrecht, womit die Grafschaft vollständig in den Besitz Habsburgs überging. Herzog Albrecht II. von Habsburg-Österreich ließ als neuer Besitzerschloss und Stadt vermutlich bereits ab 1352 zu einem militärisch gut gesicherten Stützpunkt ausbauen. Bis 1458 blieb die Herrschaft Rapperswil ein Eckpfeiler von Habsburg-Österreich gegen die territorial expandierende Eidgenossenschaft. Stiftungen der Rapperswiler Die Rapperswiler stifteten die Klösterwettingen und Wurmsbach in Bollingen und übten die Fugtei über das Kloster Einsiedeln aus. 1227 und 1290 schenkten bzw. verkauften die Rapperswiler dem Klosterwettingen ihre Güter in Uri, darunter Göschenen. Nach einem um 1200 beigelegten Erbschaftsstreit zwischen den Toggenburgern und den Rapperswilern vergab die Thelm von Toggenburg den Bauplatz und die Kirche in Bubikon. Die Rapperswiler erweiterten die kommende Umgüter in Wangen bei Dübendorf, Hinwill und Winterthur und wurden so zu Mitstiftern des Johanniter kommende Bubikon. Dem Kloster Rüthi schenkte Rudolf III. im Jahr 1229 die Kirche Bollingen samtzehnten und zugehörden. In der Schenkungsurkunde werden als Zeugen Uar, die Thelm von Toggenburg, Ulrich von Landenberg sowie beinahe alle Siffs von Rapperswil genannt. Die Rapperswiler waren Lehnsträger der Klöster Sankt Gallen, Reichner und Pfefers. Wappen Ursprünglich in Silber eine grüngestielte, grün beblätterte, goldbebutzte rote Rose wird den Herren von Alt-Rapperswil zugeschrieben. Später, sicher vor 1233 führen die Herren von Neu-Rapperswil drei Rosen in gleichen Wappenfarben. Die heutigen Gemeindewappen von Rapperswil, Jonah, Utsnach und Altendorf orientieren sich an der Rapperswiler Rose.